Loser, das ist doch dieser Sportreporter, da bin ich bei. Ich dachte, es geht um Tischtennis. Und Schalke jetzt... Ah, was macht er denn? Ja, schön mal... Oh, ne, doch, ja! Nein, doch. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt es doch nicht! Skarke! Wow! Mann! Die sollen mal aus der Ferne schießen! Wer macht es? Skarke! Und haut den rein! Unter die... Entschuldigung, das Wort ist Latte! Absoluter Hammer! Einwurf Berlin! Dann kommt Skarke schon an den Ball? Tanzt sich... Die... Alter Schwede, was für ein Tor! Was für ein Tor! Den hätte nur Müller schöner machen können. Unter die Latte genagelt! Ja! Und jetzt bitte den Kölner Keller fluten, damit die einem nicht wieder irgendwelchen Schwachsinn erzählen. Guck mal, wie sie sich freuen! Mit Recht freuen sie sich! Absolutes Megator! Hammer! Hammer! Magst du Schalke? Skarke auf! Mann! Bültenho! Bültenho! Bültenho, der Brasilianer! Alter! Wie geil ist das denn? War die Vorlage von Skarke? Drechsler! Skarke! Bülter! Lehrbuchfußball! Lehrbuchfußball! Absolut geil! Ich weiß noch, wie Werner Hansch dich damals entschuldigte. Es tut mir ja leid, aber das war ein geiles Tor! Ich habe keine Herztropfen mehr. Ja! Bültenho! So, jetzt konzentrieren! Eiskalter Kaffee! Geht direkt in die Pumpe! Kral! Sichert wieder! Hallo! Ihr müsst mal aufpassen hier! Klüsern auf! So, jetzt haben wir eine 4-2-Situation! Okay, Abwehr ist angekommen! Kommst ran! Kommst du ran! Nichts! Kein Scheiß machen da! Oh, f*** das Scheiße! Mann, ey! Mann, ey! Und geht eins aus? Nee, er wird verlängert! Wer ist er denn? Wer ist er denn? Karaman? Ja! 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 Simon Theronne! Karaman, perfektes Zuspiel! Perfektes Zuspiel! Und Simon Theronne endlich! Und gegen diesen Pseudo-Verein! Ja! Absolut großartig! Karaman, du Teufelskerl! Und Simon, wie froh macht mich das! Das kann doch nicht sein! Doch kann es! Es ist eben Schalke! Karaman spielt den... Perfekt! Perfekt! Sie, Tirodde, zu dem Zeitpunkt spielt hinter den Spieler, Tirodde! Ah, ist das wunderbar! Wunderbar! Was freut mich das auch für ein Tirodde! Und ich nehme wieder mal alles zurück, was ich über Karaman gesagt habe! Zum zweiten Mal muss ich das zurücknehmen! Herr Reis! Ach du, ich könnte dich knuddeln! Oh! Drei zu eins! So schön es wäre, dass mein Tipp aufgeht, aber komm, mach noch einen! Uronen fängt den Ball wieder ab! Uronen gefällt mir im Augenblick sehr gut! Beziehungsweise seitdem er im Spiel ist, ist er mir nur positiv aufgefallen! Kräusel können auf Uronen, der wurde da aber von hinten angegangen, kann er nicht viel machen! Und Matricciani dazwischen! Wunderschön! Matricciani ist da, wenn er da sein muss! Und jetzt... Weiß ich nicht, warum da nicht gepfiffen wurde! Eventuell! Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Ja! 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 Bultinho! Ja! Mann! Geil! Das ist einfach nur geil! Einfach nur geil! Ja, da guckt er traurig! Der Berliner Trainer! Gönnig! Gönnig! Oh! Ist das schön! Ist das schön! Wer war das? Wer war das? Da wird gefault, wird nicht drauf eingegangen! Latzer! Latzer spielt den Ball auf Bultinho und gegen diese ja, wie soll ich sagen, brasilianische Gewitztheit ist eben nichts zu machen! Bultinho tütet den Sieg eventuell ein! sein zweites Tor zum 4 zu 1 für den FC 0-4! Ah, ist das geil! Oh, leider etwas, etwas ganz halbweg! Matriciani versucht jetzt, da zu intercepten, wenn wir mal beim American Football sein wollen! Und was passiert? Mufflon! Nein! Ach, nee! Abseits! 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 Oh, der hat einen mitgekriegt! Naja, komm! Also, das ist ja... Jetzt ist schon eklig! Aber sieht cool aus! Wie, der zählt, der Treffer? Moment! Das ist schon wieder, ey! Da pennt die Abwehr! Nee, ist kein Abseits! Nee, nee, nee! Überhaupt kein Abseits! Ah, scheiße! 16, Schalke, 17, Stuttgart, 18, Hertha, Platz, live gerade... Wer hat denn? Wow! 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 Leck mich am Arsch! Kaminski! Du Teufelskerl! Kaminski! Du Teufelskerl! Schalke 5! Die Firma 777 Partners aus Miami, Florida 2! Was für ein Tor! Wie geil ist das denn? Ja! Ja! Alter! Wie schießt er den? Ganz vorsichtig! Und Wahnsinn! Leute, wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Ja! Oh Mann! Und Ralle freut sich! Gute Besserung, Ralf! Gute Besserung, Ralf! Gute Besserung! Tim Skarke! Mega Tor! Absolut! Was haben wir gesagt? Schalke muss man endlich aus der zweiten Reihe schießen! Was haben wir gesagt? Wir brauchen Tore aus Standardsituationen! Gut! Zweimal abgehakt heute! Absolut geil! Fünf zu zwei! 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 Zwei!